mal seid freunde und zurück bei fortnite und den finde die macht bonus zielen dieses mal spring auf eine grind rail oder davon herab indem du den macht sprung benutzt also die grind rates zack wir haben sie angezeigt hier unten finden wir überall welche und den macht sprung müssen wir uns erst besorgen das heißt wir müssen erst mit diesen macht portal interagieren wo wir dann das nicht schwert kriegen und halt auch eine macht fähigkeit und da haben wir dann diesen doppel sprung dieser doppel sprung ist quasi der macht sprung und mit diesem macht sprung müssen auf die grind rail oder davon runter springen und das ist auch schon alles natürlich gibt es so einen kleinen clip damit ihr genau seht wie das ganze abzulaufen hat und in diesem sinne ihr euch bescheid macht's gut bis zum nächsten mal